Letztens hat Cypher ein Video hochgeladen, wo er Cooper und Mero, die World Cup-Winner, gegen eine komplette Lobby antreten hat lassen. Und das machen wir heute genauso. Um sich auf diese Streamsniper schon mal einzuspielen, bin ich mal in eine Public-Solo-Runde gegangen und hab in meinem Chat gesagt, ihr dürft alle Streamsnipern und das ist passiert. Wir sind in der ersten Runde in einer Public-Solo-Runde drin, wo mindestens 12 Streamsniper aktuell drin sind. Wenn nicht sogar mehr, bin ich hier einfach ankommen, da ist einfach niemand mitgekommen. Geil! Das Ziel ist es natürlich, die Runde irgendwie zu gewinnen. Oh, ich höre einen fliegen. Oh mein Gott, wer bist du denn? Oh ja, ich weiß nicht, ob das ein Streamsniper war. Ich hab mal zu den Streamsnipern gesagt, dass sie sich ganz weirde Skins anziehen sollen. Das heißt, wenn wir jetzt gleich irgendwelche Weirdo-Skins kommen, wissen wir, dass das Streamsniper sind. Wir dürfen jetzt auch nicht allzu lange looten, weil sonst kommen die schon. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir wegkommen. Oh, das könnte wichtig werden. Eine gute alte Impulsnate. Wir looten uns einfach ganz schnell hoch. Ich bin mal gespannt, wann der Air so weit schaut. Ich muss auch sagen, ich bin komplett uneingespielt. Wir haben dort vorhin nur eine Kassenrunde gemacht, wo ich instant gestorben bin. Das heißt, ich bin hier komplett unaufgewärmt. Aber wir werden gucken, wie das ganze Ding hier funktioniert. Wir haben jetzt ein paar Match schon. Also, ich fühle mich einfach wie, das ist einfach gefühlt, das Format Catch-Me bloß auf Steroide. Alle wollen mich jetzt einfach nur. Oh mein Gott, hier ist einer. Nein, nein, ich hab doch hier gerade einen gehört, oder? Hier war doch gerade einer. Bin ich los. Hat jemanden ist der Geplaced. Ich fahr lieber weg. Wir fahren weg. Ich werde jetzt extra auf den höchsten Berg fahren und gucken, wer mich besuchen kommt. Ich bin mal so gespannt. Wir haben jetzt einen Kill. Aber ich glaube, den Kill, den wir gemacht haben, das war, glaube ich, einfach bloß ein Botchat. Oh nein. Das ist ganz easy. Die Sniper ist, da haben wir noch den ersten Netanenbaum. Mein Aim ist wieder on-point-Shot. Was sagt ihr zu meinem Aim? Kurze Kleinigkeit dazwischen. Wer diese Runde gewinnt von den Streamsnipern, deswegen werde ich jetzt noch nicht gerade komplett totgeschnitten. Das Ziel von den Streamsnipern ist es, diese Runde zu gewinnen. Und der Gewinner von dieser Runde kriegt natürlich dann auch VIP im Twitch-Net für einen Monat. Das kriegen wir dann irgendwie hin. Und wenn es YouTube ist, machen wir halt bei YouTube eine Kleinigkeit. Es sind noch echt viele drin. Wir werden mal in die Zone rotieren. Oh, das Metaillon ist noch da. 55 White. Wir haben jetzt einfach das Metaillon geholt noch. Oh, das ist ein Gegner. Da sind wir raus, Bruder. Wir wollten nur das Metaillon haben. Jetzt sehen wir nur noch 20 Leute. Krass, da unten ist einer. Ist das ein Streamsniper? Ja, Streamsniper. Streamsniper. Nein, Bruder. Oder was ist das für ein Skin? Was ist das für ein Skin? Oh, mein Gott. Hier sind noch so viele Leute. Digger, was ist das für ein Lachen Skin? Nein, nein, nein. Mein Gott, mein Aim. Oh mein Gott. Nein, da ist doch, Alter. Lassen schicken. Nein, 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 Jungs, mein Aim ist so kacke, mein Aim ist so schlecht, es könnte interessant werden, ich glaube, es sind noch echt viele Steam-Snapper drin, aber wir leben auch noch, fast keine Metz mehr, aber wir haben noch gut Metz, das passt noch, wir sind jetzt auf die komplett andere Seite der Map gefahren, ich glaube, wir sind erst mal safe hier, so, jetzt haben wir wenigstens wieder Full-Schild, oh, okay, wird schon wieder gesnackt, nein, 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 da ist direkt wieder einer, hä, das war ein Bot oder was, ich laufe gerade vor dem Bot weg, da ist noch ein Spieler, ach, das ist der Bot vor dem Spieler, ah, okay, okay, wir sind full, Wir wollen jetzt wieder nur noch mal ein paar Bären als extra Healing, das wäre wichtig, oh, hinter mir wird gefaltet, da ist er wieder, minus 80, oh mein Gott, oh, da kommt der nächste, ich habe diesen Laufpack, ne, diesen dummen, er ist echt dumm, dass ich, 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 ich laufe so ganz langsam zur Seite, man, oh, Healing Metz, wichtig, oh, wichtig, und da, nein, 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 da ist ein Flasken in mir, Da ist ein Flasken in mir, oh, nein, oh, das ist auch ein Team-Sapper, oh mein Gott, Flasken low, wir leben aber noch, wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch, obwohl wir den komischen Laufpack haben, es leben nur noch 10 Leute, wir können es schaffen, weiß ich nicht, wo dieser Drache-Typ ist, der Flasken war schon, crazy, gefährlich, sage ich, Wer ist er, weg, hier, weg, hier, weg, hier, weg, hier, alarm, oh mein Gott, hier fliegt er noch mich, diesen Chicken, diesen Chicken, Hier kommt noch einer, es legt sich einer an, Oh mein Gott, oh mein Gott, bin hier so drin, chat, ich bin hier so drin, egal, 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 wir chillen hier, wir chillen hier, wir chillen hier, jetzt sind super viele, grad hier, chat, Oh mein Gott, das ist auch ein Flasken, oh mein Gott, wie viele, oh mein Gott, chat, hilf mir, Ich bin so eingekesselt, und die Zone kommt, da kommt noch einer, ich muss hier so weg, ich lasse die einfach fighten, schaut sie euch an, die sind da so am fighten, geil, und ich bin weg, Möchtest du, was ich jetzt mache, ich mache jetzt den Ehrenlosen hier, oh, hä, das war ein Hit, war ein Hit, Komm her, komm her, du Flasken, Oh mein Gott, das ist Pfiff, ich sage, das ist Pfiff, Ah, nee, das ist Need to, hier ist noch einer, komm schon, Top 5, Hier vor mir fliegt noch einer, oh mein Gott, auf mich gesniped, nein, bitte jetzt nicht aus der Luft gesniped, das wäre so, unzettisfying, Okay, jetzt nehmen wir immer noch drei Streamsniper, what? Oh mein Gott, Oh mein Gott, Oh mein Gott, ich laufe so langsam, Oh mein, Nein, 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 ich habe keine Metz mehr, Oh, ich habe keine Metz mehr, ich bin die Beste, ich lebe immer noch, Die ganzen Streams, aber kriegt mich nicht, aber dieser Laufbock ist so lame, seht ihr mal, wie langsam ich bin, da oben ist noch einer, Top 3, da oben ist einer und irgendwo ist noch einer, aber ich kann euch nicht sagen, wo, ich habe zwei Sniper dabei, nein, Oh mein Gott, Ihr seid so kacke, ja, die mythische Pump, ich habe alle Medaillons, oh mein Gott, wo ist der Letzte? Er hat wieder ein D gebaut, er hat ein D gebaut, Okay, lass 1v1 machen, mein Bester, wir machen 1v1, okay, Komm, lass uns in die Zone gehen, wir machen 1v1, okay, Oh mein Gott, der Erdmann droppt mir sogar ein Medkit, Dann hier, nimm zwei Medaillons, Wir einigen uns darauf, bitte nicht den 31er machen, okay, Nicht den 31er machen, okay, 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 let's go, Let's go, finale, wir haben die 1, Oh mein Gott, hier hat er Angst, dass er 31er macht, Oh mein Gott, Okay, wir haben den Highgrund, Wir haben ihn, Okay, Oh mein Gott, mir gehen die Meds aus, Oh mein Gott, mir gehen die Meds aus, Ich bin so kacke gerade, mein Elm, Mein Elm, mein Elm, mein Elm, Mein Elm, ja, Ich hab alles daneben gewallert, Da ich jetzt eh schon so krass weit kam, Wir gönnen ihn den Win, geil gespielt, Okay, Jungs, die zweite Runde geht los, Da ich euch in der Public Solo-Runde komplett zerstört habe, Haben wir jetzt eine 97er Lobby, Und ich hab mir der Ranty gegen geholt, Wir sind jetzt 2 gegen 95 Steam Sniper, Also wenn wir jetzt wieder schaffen, So kurz vor dem Win zu kommen, Dann verliere ich die Hoffnung an die Menschheit, ne, Ich will jetzt hier mal komplett zerstört werden, Das ist das Ziel in dieser Runde, Ich hab jetzt extra die Cam groß, Das die Leute jetzt nicht inzeln sehen, wo wir hingehen, Die wird gleich klein gemacht, Und damit ist ja auch die Jagd, wenn auf uns eröffnet, Okay, ich bin im Outrun, Hol mich ab, Ich bin auf der Weg, Schon mal ne Pistole gesnackt, Alles fit bei dir? Äh, ich schieße auf einmal, Oh mein Gott, Die feiten sich, Let's go, Komm, wir müssen hier weg, Wir müssen hier weg, Wir müssen hier weg, Wir müssen hier weg, Wir müssen irgendwo hin, Wir müssen irgendwo hin, Wo nicht so viele Leute uns finden können, Weißt du? Wollen wir die feiten, Wollen wir nicht feiten, ne? Ich hab halt nichts, ne? Ich hab ne SMG, ne? Ja, 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 Oh, vor uns, vor uns, vor uns, Ja, 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 30, 60, 90, Wir müssen halt, Wir müssen in Bewegung bleiben, Wir haben 10 Sekunden Dealer eben, 10 Sekunden Dealer, Da wissen wir immer, wo wir sind, Und wir müssen weg hier, Yeah, Ja, ja, Ed Graeberler, Dem brauchen wir, Bei Leute her, Ich glaube, Ich hab noch einer, Äh, опosche, Die haben Sie sich rất имеetzen, Nein. Bye. Ich glaube, es wird irgendwie schwieriger, als wir dachten. Wir müssen eigentlich wieder Meter machen. Mein Arm ist was kaputt, aber du kannst nur kurz einsteigen hier. Also, ob es nicht los ist, ist alles los bei dir. Oh mein Gott. Fahr, 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 fahr. Fahr. Fahr, Flo. Fahr, fahr. Schieb. Oh mein Gott. Booster, 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 booster. Fahre uns doch welche. 35 Kp hat nur unser Ding. Wir müssen auf Mundrad. Ja, ja. Fahr, fahr, fahr. Fahr. Oh mein Gott. Fahr, Junge. Oh mein Gott. Es sind halt immer noch 60 Leute, Flo. Aber ich finde es gut, dass sie sich gegenseitig fighten. Ich würde sagen, wir gehen hoch auf den Berg, damit wir die Kopf. Aber ich kann jede Flex fighten. Der läuft dann den Berg runter. Aber hinter uns sind auch noch Schüsse. Ich bin 20. Raus da. Ja, hab ich, hab ich. Ich bin über unser Berglandmücher. Let's go. Oh mein Gott, ein Wider-Tag. Let's go. 36, 36, 40, crack. Beide One-Shot, beide One-Shot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Lass ihn dressen und dress mich. Lass ihn dressen. Bin ich nicht, Bruder. 3 HP, 1 HP. Egal, nimm meine Sachen, nimm meine Sachen, Flo. Er ist One-Shot eigentlich, der Fishy. Der Fishy's One-Shot. Oh mein Gott, jetzt kommt noch einer. Also kannst du meine Karte einfach nehmen und versuch'n wegzugehen. Herz weg, Flo, jetzt weg, irgendwie. Geh komplett in die andere Richtung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du riechst es wirklich durch. Du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine und nichts Geringeres. Deswegen bist du dabei, Flo. Ich werde hinten so ein Snipe, sag ich. Digger, Flo, du bist so eine Maschine, Junge. Oh mein, ich werde wieder Snipe. Nein. Lass runter zum Wasser. Wir haben einen Puls, wir müssen die Mitte machen. Wir müssen eigentlich die Leute fighten, ne? Wir müssen einfach in den Labisch rein, da stehen die fetten G-Vagons. We playt sie alles, we playt sie alles. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen jetzt fighten. Hinter uns auch noch, hinter uns auch noch, hinter uns auch noch. Das ist gar nicht geil. Halt gegen, Jungs, halt gegen. Oh mein Gott, ich werde den Puls. Da fischst du da. 85 auf den Tisch, Fish is cracked. Hab ein Full-P-5. Hab ein, ab den Tisch, hab den Tisch. Hab den Tisch, hab den Tisch. Oh mein Gott, da sind so viele. Nein, nein, nein. Crackers, 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 Crackers. Er wird nichts machen. Oh mein Gott. Dann bist du irgendwie ein Blühfisch kriegen. Ich hab den Fisch nicht gefinisht. Es ist Underwall, Underwall. 80er. Let's. Himmit. Ja. Ab ihn. Finish ihn. Oh mein Gott, über uns, über uns, über uns. Oh mein Gott, das ist ein Bruno Mars. Er derz mich aus. Er derz mich aus. Fahrflug, Fahrflug. Wer ist er? Ich muss raus hier. Wie sieht es aus mit meiner Karte? Ja, den hole ich gleich noch. Ja, vor allem. Lambo, 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 Lambo. Deswegen ist die Fülle da kein Tank. Er fahr weiter, oder? Oh doch. Oh mein Gott. Das nehmen nur noch 38 Leute. Alles fein. Oben ist ein Pad. Das sind Leute, das sind Leute. Nein. Oh mein Gott. Oh nein. Runter die Klippe, Junge. Er hat einen Köpler. Ich sehe einen Kleebägen. Oh, du hast ihn angehittet. Sehr gut. Er ist drin. Oh nein. Ja. Flieg, mein kleiner Wälder, sie dich. Lambo, Lambo, zwei Stück. Und fahr. Und booste. Was das Zeug hält. Weg, weg, weg. Komm jetzt ab, die Karte. Okay, das kann man auf der anderen Seite. Wir hatten aber noch welche. Schau mal, die Medaillons kämpfen die Scheiße ab. Meine Karte läuft in 72 Sekunden ab. Du hast noch gut, Mads. Du hast sogar gut, Mads. Oh mein Gott. Du bist gesniped. Aus meiner Wand ist hier alles gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Flo. Oh mein Gott, sie haben Impuls, Nails. Sie haben Impuls, Nails. Okay, wie krass bisher den Fokus bitte. Oh mein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, da ist auch noch einer. Das Ding ist dir auf die Pickaxe nicht. Ja, versuch's so zu Pickaxen. Mach die Challenge raus und versuch's dir zu Pickaxen, Boys. Gibt es eine Chance? Gibt es eine Chance, Jungs? Okay. Oh Mann. Tittis. Varan klappt, you. Er hat sich geklappt. Die zweite Runde geht los. Wir müssen jetzt endlich mal so spielen wie Cooper und Mero gemeinsam. Wir müssen jetzt hier weg. Hier sind wieder so viele Leute. Meter machen. Wir haben wieder nix. Jetzt war wieder ein Satz für nix. Draußen ist eine Kiste. Hier hab eine Pamm. Oh mein Gott, hier kommen welche. Pass auf. Ganz oben an der Spitze vom Haus. Wir müssen ins Auto rein. Hier kommen wieder viele, Flo. Komm rein, Flo. Komm rein. Wir müssen Meter machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ja. Wir müssen uns verinnerlichen, Flo, okay? Wir sind Mero und Cooper, Junge. Wir müssen das jetzt hier machen. Wir machen das. Ich hab acht Bild. Ich hab mal der Pamm. Das ist komplett bodenlos. Wir müssen irgendwie echt Leute Headshot snipen. Das ist das Wichtige. Hier unten ist unlooted. Am Boden ist jemand, der jumpenert weg, aber. Oh mein Gott, hier sind so viele Flopperkisten. Ich hab Cap-Mets. Ich hab Cap-Flopper. Oh mein Gott. Der Snipe, der Snipe, der Snipe. Ich hab mein Auto rein und weg wieder. Ich hab alles. Auf damit. Oh mein Gott, so close. Faunschüsse. Warte mal. Falten da, ja, ja. Oh, close. Hast du nur eins? Dann wollen wir den kurz holen? Hast du kurz überfallen? Hinten, 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 hinten. Hinten, 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 hinten. Hinten, 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 hinten. Hinten, 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 hinten. Du hast ein Eiler. Ich guck, so ich hab' fünf Leute hier auf uns. Wir müssen halt immer so kurz einen snacken, weiterfahren. Kurz einen snacken. Ja und hoffen, dass, oh mein Gott, da oben rauf. Da fliegt direkt einer. Crack, 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 crack. Ich bin so weit, 26 weit. Komm, den schnappen wir uns. Ja, hol ihn dir. Ja. Erklimm ist das medial sogar. Komm her. Hab ihn. Pull piece, pull piece, komm her, komm her, ich mach auf. Bist du da? Ja, warte, ich bin auf. Muss kommen, muss kommen, muss kommen. Ich bin da, ich bin da. Hier, ich mach auf. Hab ihn. Wir müssen weiter, müssen weiter, müssen Meter machen. Oh mein Gott, das ist gesnipt. Weiter, 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 weiter. Bin da drin, drin, drin. Hilf von, steh von, steh von uns, steh von uns. Pass auf. Tag an. Yeah, du machst Donuts. Oh. Los. Spielt die Sau. Ja, richtig. Oh mein Gott, 66 Leute noch. Wir machen das. Wir müssen medzfammen. Wir müssen medzfammen. Wir vorne fighten, wenn ich da mal kurz mal vorbeischauen. Komm hinten. Hier ist neue Lambo, hier ist neue Lambo. Hier sind Leute, hier sind Leute. Wir können die kurz fighten. 110 snap, 110 snap. 60. Crack. Dead. Sehr gut. Ich hab gestoppt. Ich hab einen snipet auf dem Motorrad. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter, Flo. Weiter, weiter, weiter. Oh nein, 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 ich bin drin, ich bin drin. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. 55 Leute noch. Aber schon mal zwei Meter hier ausfahren uns hinterher. Schau mal auf die Karte. Das ist noch zwei Meter hier aus, die uns hinterher fahren. Können wir wieder weitermachen? Oh mein Gott, die Meter hier aus sind da. Wir haben ein bisschen los. Hier direkt. Pass auf, lass uns mal gucken. Hä? Hä, der hat mich One-Pumped. W- Ich hab mir auch irgendwas passiert. Nein, nein, nein. Hä, der hat mich One-Pumped. Ja, aber schauen wir mal in der AP. Mir ist auch irgendwie gleichzeitig was passiert. Nicht töten, okay. Mach keinen 31er. Bist du TÜV? Will du TÜV besetzt sich mal hin? Ja, es ist TÜV, es ist TÜV. Wie lange noch? Wie viele Sekunden? 20, 18, 16. TIEV, 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 TIEV. Oh mein Gott, sehr gut. Ja, wir sind auf gar keinen Fall gerade gestorben. Nein, TÜV macht das nicht. TÜV ist kein Ehrenloser. Lass ihn schnell töten. Läuft dann, läuft dann. Im Busch, im Busch, im Busch. Neben uns sind noch welche. Die fighten gerade sogar. Mein Gott. Was passiert hier? Hast du dir die fighten? Der ist los. Der ist los. Der ist los. Der ist auch los. Der ist 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 los. Entbox dich. Fahr durch. Er ist drin. Er ist drin. Ich brauche die Metz. Wir werden abgeben von der Seite. Ich bin drin. Ich pop Biggie. Wir müssen weiter. 34 Leute noch. Lass ihn vor uns fighten. Wir sind genau bei ihm. Hier im Wasser. Der 30er. Deadiner, deadiner, deadiner. Medaillon hier. Ich hab zwei Medaillons. Ich hab drei Medaillons. Komm, lass die fighten. Wir müssen die jetzt töten. Oh mein Gott, hier sind so viele. Wir müssen Box fighten, glaube ich. Ich kurz snipe, ich kurz snipe. Die sind sehr nervig. Er hat die Wand bekommen. Pass auf, hier ist. Er ist noch nicht mit mir. Er ist drin, noch nicht. 130 Zett. Wichtig, 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 wichtig. Ich hole ihn runter. Ab Finish, ab Finish. Ich hab neu ausgebaut nochmal. Wir müssen in die Zone weiter. Hast du keinen Grappler und nix? Ne, lag da irgendwas? Hier liegt ein Grappler. Der Grappler. Oh mein Gott, ich werde gefeiltet gerade. Ich werde gerade gut gefeilt. Los, 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 los. Los, los. Los, los, los. Meter machen. Irgendwo ein Auto suchen auf der Straße vielleicht. Im Busch links runter. Oh, die wollen mich. Die wollen meinen Hintern, meinen Süßen. Ich laufe von denen weg. Lass ihn kaputt und schieben. Oh mein Gott, on me. Ich muss die Box halten, glaube ich. Ja, komm mal, komm mal. Komm mal rein, der Einsteiger. Hinten, 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 hinten. Bin drin. Nein, wir stacken. Wir stacken. Wir stacken. Weiß nicht. Okay, warte, ich bin eingeboxt. 130. Jetzt. Ich wurde sniped. Er geht weg. Oh mein Gott, ich hab kein Ding mehr. Hast du Mad Kids? Ich hab Mad Kids. Ich hab Flopper. Ich hab aber kein Blue-Life mehr. Ich hab kein Blue-Life mehr. Ich hab kein Blue-Life mehr. Ja, so halb. Aber ich weiß nicht, ob das smart ist. Ich will der Box halten einfach. Oh mein Gott, bei mir können einer reinkommen. Pass auf, mein Fenster. Mein Fenster, mein Fenster. Ja, zu, 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 zu. Ja, unter uns ist einer. Ja, das ist ein Box halten. Ich halte. Ja. Und drin. Zwischen zwei. Ne, ist nur einer. Hier. 100. Full Piece. Oh mein Gott. Hab ihn? Nein. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Ich zieh. Ich hab Flopper. Ja, ja, ja. Warte, 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 warte. Ich war noch mal aus. War's gebaut? Ah, wir sind insom, wir sind insom. Wir können uns hin. Ja, ja. Wir können uns hin. 15 Leute, wir leben immer noch. Das ist so gut, wie wir gewinnen es. Ja. Indemens, an den Menschen. Ich hab einen gehittet. Und wir instanfrag probieren zu rotieren mit Grappler, damit wir schon insom sind. Ja, das ist ja noch Berries. So die Beere. Da hab ich ein bisschen vor. Alter, so gut, so gut, wie gewinnt es. Was sind da welche? Hab alles. Ne, ne, Loot. Oh, hab auch wieder gute Metz. Sehr gut. Also irgendwie auf Feigehen oder so, oder? Wir haben sonst. Unter uns direkt im Bildfahrt drin. Das ist ein Solo. Wollen wir ihn kurz umrushen vielleicht? Ja, ja, lass ihn umrushen. Ja. Hol die Piss. Na? Dead. Sehr gut. Nehmen nur noch 12. Ich find's gut, die sind halt nicht organisiert genug. Das ist so geil. Hier unter uns. 50. Von da jetzt komm wieder. 60, 93, komm hin. 130, 160. Dead. Wichtig, ich finish die. Na? Sehr geil. 130. Geh rein. Niemand kommt von uns weg. Wir sind besser. Das sind die Zunge. Das sind die Zunge. Okay, wichtig. Wichtig. Top 8. Wenn das blieft. 25. 50. Oh, ich wollte das blieft. Alles gut. Oh mein, 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 mein. Ich hab dir alles. 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 Ich hab' einen Overbuilder, da kann ich wissen. Ne, wenn du das durchkriegst, sind die dumm? Also, ich hab grad 1000 Boxen gebaut. Ich glaub die Checkings nicht so ganz. Oh mein Gott, die kriege es nicht hin. Meine Komitee ist komplett verloren. 45, auf den. Okay, komm, lass los, oder? Ja, ja. Okay, komm, hier raus aus der Seite. Die anderen sind da oben drauf, die snipen, pass auf. Ich hab jetzt einen Berg oben jetzt hier, einfach mal. Ich mach einen Risky-Move. Okay. Ich fahr einen Moped. Mach für die Jungs, ist einer. Und dann oben auf den. Oh mein Gott, bei mir sind unten zwei drin. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Oh mein Gott, da waren einfach zwei Leute im Busch. Ich hab fast keine Wettsmanne. Komm, noch ein paar. Mach von dir. Letzt von dir. 50 Cracked. 79 Plied. S1. Pass auf, pass auf. S1, 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 S2, S2, S2. Ich hol ihn? Ja, einen von denen, er hat einen Biggie hier. Let's go, ich hab einen Biggie für dich. Oh, Zone kommt, Zone kommt, Zone kommt. Komm, auch kurz Biggie. Fully front. Oh mein Gott. Hast du noch Greenlife irgendwas? Cracked, dead, 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 dead. Oh mein Gott, ich hab zurückgepullied. ich habe noch genügend jetzt noch hier ich glaube hier drei stück ich halte ich halte ich bin unten eine komplette lobby zerstört also nur mit 7 snappern digga was 20 kills hatten wir am ende oder 18 kills wie crazy das war es mit dem video wenn euch dieses video gefallen hat sehr sehr gerne ein abo auf diesen kanal da benutzt auch sehr gerne hier sind auch wie immer alle ehrensupporter eingeblendet fällt auch sehr gerne den kanal von magic in aus ich bin jetzt einfach raus bis dann jungs